Kann schon nix Gutes werden da oben. Lass ihn nicht. Ach nein! War das bei jemand anders? Hey, warum hast den anderen jetzt nicht zerstört, okay? Kenan, ich hatte doch nur einen Angriff. Wenn du mal genau guckst. Hast aber recht. Achso. Jetzt kann ich nix machen. Ne. So, und vielleicht so noch, und so noch. Wenn du mal eins. Meine Bestmiedienst. Ist aber nur reines Zielglück hier. Hm, ist es auch. Ne. Ach, die hast du auch noch? Klar hab ich dich noch. Oh, nein. Oh, doch. Komm schon, ey. Nö, ich komm nicht. Hau ab. Nervst. Affe. Affe. Ne. Doch. Wenn er dir gerecht spielt hier. Das gibt's doch nicht. Du alter Schimpanse. So. 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 Ach, melde mich zum Dienst. Die heulen nicht rum. So. Das war's. Du kannst mich mal. Nö. Doch. So. So. Ich muss sagen, dass der Schlüssel draußen hängt. Kommst du hier rein? Hm? Was war das? Weiß wir nicht. Hab keine Ahnung. Ich war grad am Schreiben. Ach, nicht Gottes Schild schon wieder, ey. Du sollst alles schreiben, wenn dessen. Doch, das muss ich. Oder zocken. Nein. Die kommen gleich wieder hier rein. Mhm. Hier, bitteschön. Ja. Du mich. Au. Man kostet auch nur zwei Mana. Ach so. Ah, ja. Kannst mich? Popo kratzen. Nö. Das war's. Na, das war's. Aha. Das war's. Ähm. Lalala. 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 Na, jau. Lalala. Hm. Ach. Genau. Oh. War ich nicht. Du mich auch. Das war ich nicht. Ich hab nichts gemacht. Ist klar. Haha. War da irgendwas? Was? Gottesscheid. Ich nehme Gottesscheid, deswegen war's. Klapp. Hast recht. Ja. Hahaha. Das ist immer so ein bisschen doof, aber naja. Was soll man dazu sagen, ne? Hast recht. Ja. Ist richtig. Ach so. Hast auch recht. Du bist echt zum Arsch mit Horn, ne? Ne. Doch. Bist du. Ähm. Ja. Ja, ja. Toll. Jetzt hab ich keine Schlümpfe mehr. Weißt du, weil wieder so eine Handvoll Schlümpfe hier drin ist. Wenn die Packung schon mal offen war. Ja, genau. Hast du die Karte halt nochmal? Boah. Ja, genau. Gottesschild. Ist klar. Ja, ist klar. Ach so, ist klar. Irgendwo ist hier der Fehler im System. Ah, jetzt hab ich ihn vergessen, direkt sich anzugreifen. Mist. Ja. War das hier irgendwie tödlich jetzt? Nein! Nein! Schalte. weißt du was? weißt du was was ich jetzt vorher noch mache? ich spawn回ch' noch den hier. Also ich vielleicht. Ich had Options auf mein anwenden sollen eben. Scheiße. uisişalte, aber wärs auch drauf gegangen. emeteryeschalte. Hehehehe... jaaowoo CTRLRLRLRLRLRLRLRLRLRLRLRLRLRLRLRLRLRLRLG So, das war richtig knapp. Ja. Nochmal ne Runde? Basis? Klar, nochmal ne Runde. Sag vorher an, bevor wir den gleichen nehmen. Auch wenn ich gerade nur ein Verlämchen bin. Ich sag nicht an, welchen ich nehme. Wie lange nehmen wir schon auf? In... 6 Minuten, ne Stunde. Boah, geil. Nein, nicht ganz in 6 Minuten, sondern in 11. Ich hab mich ein bisschen verguckt gerade. Äh, welches nehme ich denn? Welche nehme ich denn? Okay, ich hab... Besteche Wächter. Und? Das war's. Rühre Mana an. Muss er nicht wechseln. Wollte ich auch erst nehmen, den Paladin wieder. Ich muss ja nicht wechseln. Nee. Brauch kein Kaffee. Warum darf ich schon wieder anfangen? Ey, ist doch nicht wahr. Weil du ne alte Oma bist. Boah, ich hab... Na genau, jetzt kriegst du auch noch Karten, die super sind. Auf jeden Fall. Kann der Pult laden. Jetzt gib mir noch... Dankeschön, Karten. Applaus für die Kartenmischer hier. Ja, ne? Boah. Applaus, Applaus. Ist nicht wahr. Kriegt der noch so ein olles stinkiges Schwein hier. Und holt sich irgendwelche Mana-Rotze da wieder. War ich nicht. Ja, genau. Und ich sitz hier noch und warte noch. Mhm. Kürzlich doch so. Mehr kann ich grad nicht machen. Die Karte ist aber auch. Äh, toll. Aber mehr kann ich nicht machen. Oh, geil. Man kann ja auf diesen Tippi oben auf den Schornstein klicken. Dann dampfen, dann qualmt der. Beziehungsweise dann kommt da Feuer raus. Mhm. Wo das ne Schmiede ist. Ah, ne Schmiede. Na? Du bist, weißt du, ne? Hm. 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 Was weiß? Ja, ich weiß. Arschloch. Schasse dich. Ne. Klar hast du dich. Ey, mit den Basiskarten, von der komm ich ja nicht klar. Das geht gar nicht. Ne, wieso nicht. Das geht gar nicht. Ne, die sind irgendwie komisch. Die sind so komische zusammengestellte. Ja? Ja. Obwohl ich auch schon so viele Magiekarten hab. Wir haben fast nur Magiekarten. Ja, genau. Ich sagte nur fast, aber jetzt sind es fast alle. Wow. Du alter Schlumpf. Ja. Du mich auch. Nö. Das war's. Das war's. Ja. Ist klar. Toll ist das denn? Ich hab weniger Leben. Kannst mich mal. Wollen nicht rum. Du hast nur sechs Bonusdinger da oben irgendwo rumliegen. Ich hasse die Karte. Ich hasse dich auch. Ich hasse dich auch. Ja. Ja. Ey, hätte er mich nicht wenigstens treffen können? Nö. Manchmal hat man das Glück nicht. Ja, manchmal nicht. Komm. Ich schlafe es uns gleich ein. Ja, und schlaf doch rein. Ja. Der Dingo. Der Monko. Hä? Nur Zauberkarten. Das ist jetzt wieder eine Monsterkarte. Das ist unglaublich. Du sitzt hier und überlegst, was du denn machen kannst. Mhm. Das ist wahr. Und wenn du mit einem zusammengestellten Deck da hast, hast du es wenigstens zusammengestellt. Da weißt du, was du machen kannst. Komm, wir steigen Berge her, Berg. Ja, du möchtest auch. Lass mich nachdenken. Nein. Ups. Ja! Auf jeden Fall. Was denn? Ist das gemein. Nö, ist es nicht. Oh, doch. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Ach ja. So ist das halt. Hab was für dich. Mein Bruder ist gerade umgekommen. Ich starte das Spiel zum ersten Mal. Bei ihnen steht hier Manitius drin. Er hat das geändert. Man kann das hier nicht ändern. Ach so, ist klar. Du bist der. Hm, ich weiß, dass ich dran bin. Weiß ich ja nicht, ob du dran bist. Hm. Bist ne Arschgeil. Ich zeige hier so viele Karten da oben. Was da oben los? Muss doch mittlerweile ein gutes Monster haben. Da ist es doch. Komm schon. Lechen. Du willst es doch. Nein. Lass dich nicht nachdenken. Geladen und entsichert.